Willkommen im Camp Palsdeen! Denkt dran, ihr habt zwar Ferien, aber von Gott kann man keine Ferien machen. Bitte hört immer alle auf euer Herz. Hört auf eure Sehle. Oder den kleinen Mann oder der Frau in euch gut zu. Mein Lieblingsbruch. Das wird unser Sommer. Klar, auf jeden. Okay, Handys abgeben. Los, das Handy bitte. Ich hab kein Handy. In der Natur sein und so Zeug. Voll schön. Hey, kontrolliert seine Taschen. Oh Scheiße. Was wollt ihr denn hier? Keine Ahnung. Jungs. Was soll das? Los jetzt. Nein, 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 nein. Das war's jetzt. Okay, wir födeln richtig. Wir werden so viele flachlegen. Hey, ich bin Jack. Deine Hose ist auf. Oh, oh. Ja. Als die Rabbiner erwachten, fanden sie die Überreste eines kleinen jüdischen Jungen der Nazi-Geist. Nazi! Ich rufe jetzt eure Eltern an. Bei allem Respekt. Meine Eltern sind vor einigen Jahren umgebracht worden. Du wirst sie wohl eher nicht erreichen.